von daher müsste die frage eigentlich eher lauten wie kommt die butterzarte generation mit mir eigentlich klar mein stuhl wackelt und thomas seiner ist ja immer irgendwo steht ja immer immer am ja klar wenn roland becker jetzt dies ja vielleicht wieder keine titel holt wird da vielleicht der ein oder andere stuhl doch frei in der zeit wo ich stand wo ich da war waren wir nach der den roten die letzte heimtapelle